Ich kann jetzt da gar keine richtige Schicht herauspicken, wenn ich das so sagen darf. Es ist für Jugendliche ein schöner Golfsport, den kann er mit seinem Vater wie ich jetzt zum Beispiel bei meinem Sohn, der macht jetzt gerade Platzreife. Ich war vorige Woche mit ihm in Moorstetten, er ist jetzt der 7 Jahre und wir haben auf dem neuen Lochplatz gemeinsam am Freitag eine wunderbare zwei Stunden erlebt. Wenn mein Sohn einmal 20, 25 ist, stelle ich mir vor, dass ich vielleicht mit ihm Golf spielen gehen kann. Also es ist ein Sport für Jung, ich bin dann ein Pensionist, werde dann mit ihm Golf spielen, ein Sport für alle.